Hi Freunde und herzlich willkommen hier war G-Gaming, Flo wieder am Start, heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge, das ist Mittwoch, wir haben heute die 99er Mo Salah Squad Building Challenge draußen, außerdem wieder die Footies Silver Star und vieles, vieles mehr, außerdem werden wir den Fokus legen auf die 85x10er Packs, davon mehrere machen, bleibt also bis zum Ende dran und bevor wir rein starten, liebe gerne laden lassen, das ist der 17.8, ich bin immer noch täglich für euch mit FIFA Content am Start und das geht dann quasi fließend über in FIFA 23, also falls ihr nichts mehr verpassen wollt rund um das Thema FIFA, dann seid ihr gerne täglich am Start und ihr macht gerne einmal die Glocke aktiv, um eben nichts mehr zu verpassen, also ein Abo dalassen, Richtung 60.000 Abonnenten, Support mit einem Daumen nach oben für den Algorithmus und Kommentar, Freunde, wäre auf jeden Fall Ehre, Dankeschön nochmal dafür, jetzt gehen wir mal rein in die Ziele, übrigens wahrscheinlich heute oder morgen gibt es den Footies Frankreich Cup, beziehungsweise meine Frankreich Cup Rewards, alle auf dem Clips Channel, Archie Gaming Clips, einfach bei YouTube eingeben oder Link in der Beschreibung einmal anklicken, Freunde, Footies Frankreich Cup ist auch im Linkfield drin, also da findet ihr auf jeden Fall auch immer täglich einen Clip. So, jetzt aber zu den Silberexperten, diese Menge neu am Start, seltenes Mega-Pack gibt es da, nichts Neues, nichts Frisches, heute übrigens auch keinen Token, keine Swaps-Token neu am Start, das fragen auch mal direkt schon ganz ganz viele, Thüram ist einer von den neuen 74er ZDM, ja, sieht ganz in Ordnung aus für eine Silberkarte, das sagen wir ja jedes Mal, drei Sieger, acht Torvorlagen, beziehungsweise sechs Torvorlagen und acht Tore, so rum, das ist also neu in den Zielen heute und übrigens, anscheinend schon seit gestern draußen die ganzen Transfers, die bis jetzt getätigt worden sind, zum Beispiel Nunesch, zum Beispiel ein Haarland 88er City-Version, Süle, haben schon viele reingeschrieben, sind zu ziehen, also eben jetzt unter anderem auch in Haarland als City-Version in der 85 mal 10er oder in dem Pack zu ziehen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich könnte mir vorstellen, und das ist jetzt einfach mal eine Vermutung von meiner Seite aus, dass auf jeden Fall nächste Woche oder Richtung September dann auch wirklich unendlich 85 mal 10er Refreshable kommt und ihr jetzt einfach noch die ein oder andere Version an Spielern mehr reinpackt, um halt quasi die Chance noch ein bisschen geringer zu machen in Bezug auf Special-Karten. So, jetzt sind wir im Footies-Tab und da sind wir die neue 99er Version und ich höre auf den Namen SPC22, Group Name Footies Mos, Mos Salah, ist draußen 99er und wie ich finde, sehr, sehr geil, als ZOM-Version. Guckt euch mal diese Stats an, Freunde, also da muss man sich ganz doll festhalten, 99 Ausdauer, Dribbling-Stats, alles auf 99 bis auf 98er Wahlkontrolle, 98er Übersicht, 99 FV, 96 Flanken bei passen und dann seht ihr es hier, Schuss auch bombastisch, also alles bei Maximum bis auf Schusskraft und Weitschlüsse bei 98, Tempo 98, 99, also what? Was ist hier bitte los bei dieser Karte? Angeschnittener Schluss, Flair, Außenrissschuss, Flair-Pässe, also das ist alles, was du haben willst. Endlich mal keine rechte Flügel-Version von ihm, er hat keine Ahnung, wir gucken gleich mal rein bei Footbin, ich weiß nicht, 7 oder 8 Versionen schon draußen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, ihr seht es da unten, 5 Star, 5 Star, 5 Sterne, 5 Sterne, linker Fuß, Hochmittel, Arbeitsraten, Freunde, Was ist das denn bitte für eine geisteskranke Karte? EA, was ist los bei euch? Was ich aber nach wie vor nicht verstehe, wir hatten Neymar schon, ja und so weiter und so fort, 27 Tage jetzt draußen, eine neue 99er Version, alles schon gut, ist ja auch wieder hier Premium-Geschichte und so weiter und so fort, warum aber, erklärt es mir EA, warum 18 Segmente? Und da möchte ich jetzt, also da könnt ihr mich, glaube ich, auch nicht umstimmen, also auf der einen Seite, ich erkläre es kurz, ihr könnt eure Meinung mal reinschreiben in die Kommentare, das wäre extrem nice, wenn wir da wieder gemeinsam diskutieren können, ich lese wie immer jeden Kommentar durch. Wir haben es halt da draußen, wir haben den 17.8. und meiner Meinung nach, ich meine klar, den soll nicht jeder jetzt in seinem Team haben, deshalb natürlich auch ein bisschen preiswert, beziehungsweise nicht preiswert machen, sondern auch ein bisschen, ja, teuer machen, ist in Ordnung, aber, warum 18 Segmente an einem 17.8? Ja, wenn jetzt kurz davor, also in dem Monat, kommt FIFA 23 im Endeffekt, da finde ich, könnte EA, ganz ehrlich, und das ist das Gleiche, was ich bei Neymar und Co. gesagt habe, könnte EA einfach mal gönnen, ja, das ist ganz klar meine Meinung, trotzdem natürlich hier wieder, wir kennen das Ganze, zwei von Birthday-Karten, wir haben zwei Fantasy-Karten, Captain 3, dann haben wir hier sechs, ausführungszeichen sechs Team of the Season, wohlgemerkt, ein Erstwitzerspieler muss dabei sein, auch interessant, dann haben wir, ebenfalls ein Erstwitzerspieler muss dabei sein, fünf Shapeshifter und dann geht's los mit Rating. Und wenn ich sage Rating, Freunde, jetzt geht's richtig los, 87er, 88er, 89er und jetzt hier 1, 2, 3, 4, 90er und dann 1, 2, 3, 4, 91er und last but not least, 92 sind zweimal am Start. Seltene Spielerpack, seltene Spielerpack, Megapacks hier bei den 91ern, Prime-Goldspielerpack bei den 90ern, ja, Pack-Rewards nach wie vor nicht die besten, aber Freunde, das ist die Moussala Footies SBC und ich bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Sag ich euch, wie es ist, ich bin sehr, sehr gespannt. Übrigens auch wieder neu am Start, komplett refreshed, Foot-Hero, Shapeshifter, Captain-Spielerwahl. Ich weiß nicht, ob wir davon heute eine machen hier in dem Video, haben wir ja schon in den letzten Wochen immer was angegriffen, aber so nice ist die SBC jetzt nicht, 86er und 88er gerateter Squad. Wir haben sowohl die Captains als auch die Hero-Shapeshifter, also, I don't know. Ich weiß nicht, was man damit anfangen soll. Keine Ahnung, keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall haben wir die 85x10 natürlich wieder, ja, keine Ahnung, wie oft am Start jetzt. Wir gehen gleich rein, wir kennen es, ja, jeden Tag refreshable, zweimal zu machen, einmal wiederholbar pro Tag. 84er gerateter Squad ist der mal Fünfer und dann haben wir, wie gesagt, die mal Zehner-Geschichte. Da lasst mich auch gerne mal wissen, was macht ihr lieber, die 85x5er oder die mal Zehner-Geschichte? 87er gerateter Squad ja hier am Start. Also, wir gehen rein in die Packs und bevor wir da reingehen, nehme ich euch mal gerade mit, und zwar zu Footbin. Und zwar will ich euch da was zeigen, Freunde, wie sieht das Ganze aus. Upgrade-mäßig und Co. Also, Nummer 1, wir sehen hier ganzen Transfers, unter anderem auch natürlich Silberkarten, wie auch Bronzekarten, alles refreshed. Aber, neu am Start, Thüram und ein Salah. Und hier unter anderem Haaland, wir haben Mané jetzt als Bayern-Version draußen, auch der, wie gesagt, den gucken wir mal gleich in 85x10er zu finden. Nunesch draußen und ASPC-mäßig hat mich ein bisschen gewundert, kommt sich sehr gut an, sehr gut. 333 Votes, 76% Daumen hoch, 3% hier Daumen hoch, das ist verständlich. Ich könnte mir vorstellen, dass es vor allen Dingen, jawohl, hier an den 5-Star-5-Star liegt. Und vor allen Dingen halt hier eben an der ZOM-Version. Also insofern, endlich mal kein rechter Flügel, finde ich sympathisch, sehr, sehr geil. Also, wir gucken rein in diese Karte vorab, die Silver-Star-Geschichte. 4-Star, 4-Star, das Upgrade dementsprechend. Ihr seht es, Silver-Star, Upgrade-mäßig, nix Neues. Dann, Mo Salah. Ja, schauen wir mal rein. Und das ist, glaube ich, der, oh mein Gott. Das ist wirklich nur der Bonus. Also, hier, wir haben die 97er-Grate-Version, Freunde. Und hier nochmal zur Erinnerung, er hat 4-Star, 4-Star. Er hat 4 Sterne, 4 Sterne. Upgrade-mäßig, von den Stats wohlgemerkt. Ich glaube, wir haben, ich muss gerade nochmal schauen. Ich glaube, wir haben ja bei ihm eigenschaftsmäßig die Flair-Pässe. Die dürfte der 97er theoretisch auch nicht haben. Aber von den Stats her, ist es euch das wert? Also, eigentlich zahlt ihr den Preis eben für die 5-5 und eben den Position-Change. Das muss man, glaube ich, unter dem Strich mal so festhalten. Dass er ZOM ist, dass wir ihn schon als Stürmer machen können. Zum ZDM, theoretisch als Innenverteidiger, auf 7-Team-Schmied starten können. Und hier hat eben die 5-Star, 5-Star. Ganz ehrlich, dafür der Preis, dafür 18 Segmente, ist es euch das wert? Ich bin mal gespannt, was der Preis später sagt. Ich würde aber sagen, wir gehen rein jetzt in die Futter-Packs. Gucken, dass wir einiges holen können. Und insofern, Daumen sind gedrückt. Und rein in die Packs. Let's go! So, Freunde. Also, ich gucke jetzt ja auch gerade nochmal in den Twitch-Livestream-Chat. Viele sagen, es ist der Bonus, den man halt zahlt, weil er Premier League-Spieler unter anderem auch ist. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir diskutieren am besten mal in YouTube-Kommentaren. Das macht immer am meisten Bock. Und hier fangen wir an jetzt mit Team of the Season. Ey, man sieht immer die gleichen. Entweder ist es ein Neuer, entweder ist es ein Müller oder ein Mugda an deutschen Spielern. Das sind die drei Deutschen, die du am meisten als Wandspieler einfach siehst. Aber, das kann auch nichts heißen oder muss... Oh mein Gott. Das ist das schlechteste... Das ist das schlechteste Pack, was ich in den letzten gefühlt drei Wochen gesehen habe. An 85 mal 10er-Packs. Wow. Das ist das schlechteste Pack, was ich ever gesehen habe. An 85 mal 10er-Packs. Muss ich sagen, wie es ist. Was ist da denn los? Was ist da denn los, EA? So, Freunde. Nächstes Pack steht an. Und was war da bitte los? Er schreibt es selber rein. Was ist das denn? Ja, was da denn... Oh. Was da denn los ist, weiß man nicht. 95er-Oskar, der nächste 95er nach Neuer eben. Also, das kann nur getoppt werden jetzt hier in dem Set. Das von eben. Schauen wir rein. Oh. Marcelo. Let's go. Und dann würde ich jetzt mal gerne aus Interesse mal schauen, was der Kollege noch kostet. Wir hatten gestern die 95 Shapeshifter. 380k immer noch. Five-Stand... Wow. Nice. Und dann war Sterling übrigens. Die transferierte Version von ihm immer draußen. Kostic da am Start noch. Sehr, sehr nice. GG. Zu Marcelo. Let's go. Falls ihr übrigens auch mal ein Pack öffnen wollt, Freunde, kommt gerne rum. Twitch.tv-archigaming. Da könnt ihr gerne euer Sets beisteuern. Wir gehen rein in das dritte für das heutige Video. 85 mal 10er-Pack. Lasst uns reinschauen. Hoffentlich wieder Packluck am Start. Eben wunderbarerweise Marcelo gezogen. Sehr, sehr nice. Und was haben wir jetzt hier als Warnspieler? Wieder Tots. Logisch. Torhüter. Castells. Castells aber schon. Courtois natürlich. Wir sind schon die ganz normalen Goldkarten gewöhnt. Jetzt von eben. Ja, das ist ein gutes Rating. Also ganz ehrlich, 94er, Nunesch und Tavanier und dann gute Duplikate mit Futter. Gute Ratings am Start. Sehr, sehr gutes Pack. So, Freunde. Last but not least. Vielleicht wird es ja noch ein CR7 als Shapeshifter oder ein Messi. Schauen wir rein in das letzte 85 mal 10er. Wir haben jetzt quasi hier auf dem Account, ich glaube, das war das Erste, was wir geöffnet haben, die Duplikate genutzt. Alles bis auf Gomez. Und dann schauen wir jetzt rein, was wir im Letzten haben. Also, schreibt mir gerne auch rein, was eure Packs so hergegeben haben. Rein damit in die Kommentare pfeffern. Und jetzt öffnen wir es. In 3, 2, 1. Let's go. Da geht es auf. Da wird es schwarz. So wollen wir es sehen. Team of the Year. Wieder ein Hakimi, wie gestern. Warten wir mal gespannt, was da jetzt hinter ist. Diesmal kein 95er Team of the Season. Schauen wir rein. Da wird es wieder schwarz. Und... Jérôme Moreno, Mahrez, noch ein Rating. Oh, oh, gute, gutes High-Rated-Futter da als Duplikale. Courtois, Haaland, Pereira und Chan. GG. Lukaku, wieder die Interversion hier am Start. Transferierte Spieler sind da. Das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Donnerstag, dann Freitag. Mal schauen, was noch an Content kommt, an Promo. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns morgen in aller Frische. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.